So, liebe Leute, jetzt sind wir hier am Jungfernstieg, auch beim Weihnachtsmarkt. Und ja, wie ihr sehen könnt, ist hier auf die Straße gesperrt wieder. Und derzeit, wir können auch auf die Straße gehen. So, jetzt sind wir hier in der Kota Hamburg, in der Jungfernstieg. Hier ist es nicht möglich, dass die Fahrbahnstieg oder Auto-Bus in die Straße gehen kann. Weil es hier viele Menschen lieben, die Bazar-Natal-Bazar. Die Bazar-Natal-Bazar-Natal-Bazar-Natal-Bazar-Natal-Bazar-Natal-Bazar-Natal-Bazar-Natal-Bazar-Natal-Bazar. Hier geht es. So, die sind wir mit um Hamburg. Auf dem downstairs ist es, land einmal lib, die Jungfernstieg. Wiegl patients, werden Depno b distance creativраз, gesendt für die Familie gewitten. so ini wajah hamburg sekarang sekarang ini hari Sabtu makin sore makin tambah banyak pengunjungnya Oh sampai 29 Desember bukanya di sini Oh god Das war's. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Schaut mal, da kommt gerade ein ICE-Zug vorbei. Schaut mal, da kommt gerade ein ICE-Zug. Schaut mal, da kommt gerade ein ICE-Zug. Schaut mal, da kommt gerade ein... Schaut mal, da kommt gerade ein ICE-Zug. 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 Es ist so gut. Aduh! Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020